Die Masse deiner viel zu schweren Schultasche beträgt 8 kg. Berechne ihre Gewichtskraft. Die Angabe ist also m gleich 8 kg. Was wir suchen, ist die Gewichtskraft Groß G, die wir in Newton ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel vom freien Fall und wir wissen auch, dass der numerische Wert von g in Belgien 9,81 m pro Quadratsekunde beträgt. Legen wir los. Groß G gleich m mal klein g, also gleich 8 mal 9,81. Das heißt, die Gewichtskraft Groß G beträgt 78,48 Newton. Und das ist die Endantwort dieser kleinen Übung.